Mega Marsch Top Tipp Nummer 8 Krafttraining Achtet darauf, dass ihr eure Muskulatur stärkt, denn auf 100 km geht es ganz schön an die Substanz Also macht ein paar Übungen, sei es Liegestütze, Kniebeugen und bringt euch ein bisschen in Schwung und steigert eure Kraft, damit ihr auch hinten raus nicht zusammensackt